Hallo, willkommen bei Conny Canarias, Spanisch mit Conny. Bienvenidos a Conny Canarias. Machen wir weiter. Seguimos. Gegenüber gibt es ein anderes Hotel. Gegenüber gibt es ein anderes Hotel. Enfrente hay otro Hotel. Er sitzt zwischen seinen Eltern. Está sentado entre sus padres. Hinter dem Hotel gibt es einen Park. Hinter dem Hotel gibt es einen Park. Detrás del Hotel hay un Parque. Einen Meter weiter nach hinten, bitte. Einen Meter weiter nach hinten, bitte. Un metro más atrás, por favor. Un metro más atrás, por favor. Einer war vorne, der andere hinten. Uno estaba delante, el otro detrás. Uno estaba delante, el otro detrás. Neben dem Museum ist ein Restaurant. Neben dem Museum ist ein Restaurant. Al lado del Museo hay un Restaurant. Al lado del Museo hay un Restaurant. Neben der Apotheke gibt es einen Tabakladen. Neben der Apotheke gibt es einen Tabakladen. Die Zeitung ist unter diesen Büchern. Siehst du sie? Die Zeitung ist unter diesen Büchern. Siehst du sie? El periódico está debajo de esos libros. Lo ves? El periódico está debajo de esos libros. Lo ves? Unten gibt es einen Tabakladen. Unten gibt es einen Tabakladen. Abajo hay un Estanco. Abajo hay un Estanco. Meine Eltern wohnen im unteren Stockwerk. Meine Eltern wohnen im unteren Stockwerk. En el piso de abajo viven mis padres. En el piso de abajo viven mis padres. Oben wohnt eine sehr nette Familie. Arriba vive una familia muy simpática. Die Maschine ist da oben. Allí encima está la máquina. Allí encima está la máquina. So genug. Suficiente. Muchas gracias. Hasta mañana.